Ja, echt so, gell? Ja, echt so, gell? Ja, echt so, gell? Ja, echt so, gell? Ja, aber hoffentlich ist es ein bisschen drehtal. Ich muss die ganze Zeit auch nicht. Scheiße, gell. Oh, nee. Ach so. Ist das drehtal gefällt mir? Nein. So? Ja. Einfach nur so hoch. Ja, da. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, my God. Weißt du es schon? Ja, zumindest unsere Wunde. Jetzt müssen wir warten, bis jemand anderes kommt. Ich muss mir die Kläranlage anschauen. Ich liebe die Dinger, es macht schon Spaß. Das ist das, oder? Ja. Alter. Vielleicht sind auch der große Fläche da drüben gebaut, Dennis. Ja. Der Ultra-Vida-Foster. Ach, das ist gar nicht so was, wie ich dachte. Ist denn? Irgendwas anderes. Das, was wir dachten, wo du vorhin drüber geredet hast. Ja, genau. Genau. Mehr so ein Gyrus-Wing. Oh, geht schon weiter. Ja. Das fällt mir noch mal. Oh! 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 Es ist ständig! Oh, es ist ständig. Oh, es ist ständig! ich kann jetzt den ganzen tag fahren ihr könnt gerne da mal fahren später vielleicht? das geht ja auch über kopf